Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Survival Games. Ja. Der mich in die Spiele, der mich in die Spiele nimmt auf. Ja. Ich hoffe, er kapiert, dass der Kanal von uns beiden ist. Ja, dass es unser Kanal ist, weil viele kapieren das leider noch nicht. Und aus meiner Sicht ist die Stimme, die ihr jetzt hört. Meiner Sicht. Ja. Ich habe zwei Einzelnen. Lennst du mir nach? Ja, ich glaube danach. Ich habe noch einen Schuh. Ich habe ein Brot. Ich habe ein Brot. Brot. Ja, aber mir leckt das Ganze ein bisschen, da ich dann nimmst das Beethochlade. Ähm, ich habe gerade... Rechts ist der Kiste, Alter. Oh, was? Ja, ich habe jetzt erst mal einen Text zurück drin. Ähm, das ist das Modern. Ja, Steinschwert. Brauchst du ein Holzschwert? Ja, bitte. Du bist du? All die Kisten kann ich überhaupt nicht erkennen. Schau mal, was das ist. Man muss sich dran gewöhnen, stimmt's? Man muss dran gewöhnen, das ist es geht. Kannst du mir ein Schwert gehen? Kannst du mir ein Schwert gehen? Kannst du mir ein Schwert gehen? Ja, komm, hier, Alter. So, hier ist du Eisenschuhe. Yeah, du, und ich tötete den. Mann, die halt, das heute schon hat Standetextur. Hey, na, warum machen wir 16 mal 16? Ähm, wo bist du? Äh, geh grad, geh grad, geh grad, geh grad. Ich hab' den Steinschwert für dich. Ich hab' grad' den umgebracht. Ich hab' grad' den umgebracht. Von H.D. Alter, warte ich drauf. Ich bin hinter dir. Komm, ich geb' den Steinschwert. Ja, danke. Und ich geb' die ersten Wurz. Also, ich schuhe? Also, ich schuhe. Danke. Na. So. Puh, dahin ist er. Der hat ganz gute Rüstung. Alter, Kroki! Geweck! 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 Alter, der ist gut. Gewesen. Der war gut. Der war gut. Okay, der war gut gewesen. Ich bin nicht zu Hause und geb' dir meinen Helm. Ich hab' schon so, Helm. Ja, dann gib' mir den Helm, oder? Wuh? Ähm, ja, das Z-Pack ist 6x16. Also, für das ist es schon gut gewechselt, muss man so geben. Ich hab' das aus mir eingeschätzt, also. Alter, Aune, Aune. Und du hilfst? Alter, du rennst bei mir an dem vorbei? Ich weiß, ich hab' gerade was aufgehoben. Ich hab' gerade Pfeil aufgehoben und da war' ich nicht konzentriert. Ich hab' gerade eine Minute. Ich hab' einfach alles geläftet. Geläftet. Ich hab' dreimal Kettenschuhe. Alter, der wird. Lassen wir mal ausreden. So, hier hast du mal Eisenhall. So, so nötig. Hast du Brustpanzer? Hast du Pfeiler? Juuu. So, ich kenne die Map noch gar nicht wirklich. Aber er leckt so, weil er grad Video aufladet. aber er liegt是啊. Ah, Aune, Aune. Nee, das ist wenn ich jetzt nicht bereit bin. Ah, Aune. Das ist ja gar nicht. Oh, Aune. Da, der ist da drin. Na, der hat hinter dir. Ahm, da bin. So, Aune. Ich hab' euch gleich zumachen. Wenn nicht, dann schreib' nochmal hin. Lass mich bitte ausreden. Ah, er ist Gegner. aber es ist nicht so gut es ist so das sind kraft die wir würden sagen passen ein ich habe da noch eine kommentare in den anderen stets extremen um es braucht noch beinahe das war nur ein Tribute um nicht persönlich kenne mich noch nicht was für mich auch nicht ist die mehr Prozent Emporium Emporium Alter lass mich Brot aber sonst alles ist die Kiste alles außer die Kisten ist echt nicht mehr er hat man hat man hat er er hat er war da drüben Mönnberg das heißt wenn es links laufen soll wir empfinden ich bin bei einem Namen schon immer relativ er schaut so blöd aus und so komisch längst recht ich bin mit dem Wort er hat mich ja das ist eigentlich nicht ein vorteil für mich dann kommt er heute hatte ich schluss mal ich erzähle mich alter muss das sein ich hätte mich so schon anschleichen können aber nein nein ich wollte mit dem Bogen abschließen weg mit der tschüss und ich hab die Punkte bekommen weil ich ihn umgebracht habe Juki in einem Pfeil haben gebracht ich glaube der hat er hat er hat er das ist schwert hat er ein einzig wert gehabt oder das neue schwert Fusspanzer und was braucht man aus um die das gleiche sehr gute Sachen ja ich habe Bogen ich brauche ich habe genug Pfeile ich habe nur drei du du alle anderen sie mir in der Zeit geben die Lasse so die in der das Hälfte von Lohol in der Verlust jetzt in der Stukad sieben er ist ja er stimmt es recht vor das tut mir leid der als gut ausgült drüste da hat den Weg achten und scherz ist er gut gerüstet das war ein Scherz das ist er auch sich gemeint alter das war so ein bisschen der Stiftung ist das Leben ich bin es auch bestanden okay obwohl es schon aber es ist und die Fakten sich in Halbanz an die Unternehmer bezeichnen so lange es kommt um das ist die Erkommung dass er so lebt das ist nicht jetzt bei mir sondern bei ihm weil wir gesehen ob der andere wurde der weglaufen ist hat nicht so gelegt ja aber er hat mir auch nicht gelegt der andere ja aber du nächst er wie das ausschließt er kommt ein gegner nein das kann ein schwert ich schlechte mich an aber scheiße ich kann nicht schlagen wegen den lecks macht oder es hat als geredet aber und er ist so gut erweckt nur ich glaube ich habe ich habe kundin alter jahre ist mir so lebt und das wird noch gegen euch muss sagen also war vorher noch das ist der Fall auch gar nicht für dich nicht einfach so lassen weil es so ist der letzte Gegner dass das match so werden dann so in der letzten Woche zwar nachdem die Schieder wenn du willst du wieder weißt du mir leck nur mit denen der volle Eisen aber ich glaube das schaffen wir schon ich glaube das ist ein Schwert oder zu wenig heißen durchstieg nein nein bisher das Volk scherzüpf darum aber wir uns auf und ausgerüstet ist ja nicht viel besser als wir eigentlich kann ich sagen da auch eine Sache ich kann nicht sagen als er ein Herz jetzt noch nicht sagen jetzt kann ich nicht sagen ist er hinter mir aber ich kann keine ja ich habe ich erwischt mit dem Bogen zweimal ja ich habe erledigt und da ist er hat ein Eisen ich mache mir ein Schwert dann ist es fair weg ausgeklärt weg ausgerüstet wenn es ein kraften Tegel geben er hat zwei Dias und so ich nehme mal Ja, ähm, okay, geht's? Ja, na, warte, ich muss regenerieren, lass mich noch regenerieren. Okay, wir haben schon mal wieder eine Runde gewonnen. Ja. Tut mir leid, dass ich ein bisschen verschlafen klinge. Ja, eher, ich bin natürlich heute leer, wie gut das, leider Gottes wieder mal, ich bin früher aufgestanden, haben ihn aufgeweckt. Ja. Nicht wecken jeden Tag, auch wenn ich ihn per Skype anrufe. Ja, weil ich mein, weil ich verabelt immer so, dieses Dün-Dün-Dün. Geht's? So, ich, ja, lass mich losgehen. Drei, zwei, eins. Zwei, eins. Alter, du lächst. Alter, mein Pfeilschieß, ne, ne Sekunde später los. Mein Pfeil schießt so viel später los, ich kann mich gar nicht treffen. Weiß ich meine Pfeil, wie viel später mein Pfeil erst, nein, ich hab keine Chance. Selbstmord! Yeah! So, du Scheiße! So, du Scheiße! Ja, das war ehrenvoller Tod. Yeah, ich hab schon wieder gewonnen und... Ich danke fürs Zuschauen und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.